Frau hat eine Katze gekauft, ist entweder weil sie wildhöft ist, oder weil sie sich super süß verhält, so wie Tofu. Tofu war von Tag 1 an vor die Bitch, kam direkt an und hat sich an uns ran geküschelt, so wie die hier, oder zwei. Tofu wusste, wie man Küsschen gibt, wenn man Ärger bekommt. So, es geht los, es geht los, es geht los. Was war das nochmal, Leandries? Oder was war das mit APMF? Was war das nochmal? War das Leandries? Ja, ja, die Maske. Es gibt nur die eine Maske. APMF ist so stark. Gestern, das war so heftig. Ich dachte, ich wäre Sona. Hä, wo ist mein Soraka hin? Hä? Das ist doch das zweite Match schon. Achso, ich... Ich hatte gar keinen Bock drauf, weil ich Seraphine-Gespieler habe ich sie einfach ausgeschaltet. Hm? Fickt. Leg dich mal hin, bitte. Danke. Ja. 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 F節ig. Pah! ohne schein bin immer noch verwundert wie wieso es so viel damage mal und auch für die riesige range hier die gibt es hier einfach ist hier und die der kreis geht bis hier der rand der hintere land superkrank ich habe kein einziges mal kate von Oh, ich hab Heal drin. What? Was für ein Dreck, ey. Oh, geil. Du bist ja merkwürdig. Okay. Schneeball kannst du eh nicht gebrauchen. Ein Barrier hätte ich lieber. Damit ich meine Ult vielleicht länger durchchanneln kann. Hurensohn. Oh, shit. Das kann ich ja auch. Oh, shit. Mein Ult wird abgebrochen. Ich weiß nicht, ob ich sie selber abgebrochen hab, oder? Das ist doch von Jumi's Ult, oder? Oder hast du erst danach? Danach. Nach Jumi's Ult. Hat mich irgendein... Ich bin aus Jumi's Ult rausgeflasht. Bitte nicht, ey. Komm, 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 Jadiel. Jadiel. Dann halt nicht. Dann. lobby der Start eingepfen. Ich bin da. Sch Okay. Ich versperre hier schon den Ult-Beweg, ne? Mann, ey, jetzt kannst du die ganze Zeit hier mit Buck zocken und ich nicht. Du kannst nur Laptop mitnehmen. Ja, ich zocko schon mit dem Gumbling-Laptop. Ja, wieso? Was ist denn denn? Was für ein Ult? Oh, die Ult haben wir einen. Soll ich nicht, wie du bei den anderen PC mitkommst? Welchen? Du kannst den? Der, der jetzt im Schlafzimmer ist. Nur lieber Laptop. Boah, was? Du gehst auf A-P-T-Z? Ja. Hat der doch am anderen, der hat die ganze Zeit davon geredet. Ich war nicht dabei. Ja, ist schon stark. Schon sehr stark. Ich glaube, da können sie auch auf Magic-Systeme gehen, ist mir egal. Oh, der Burnt einfach weg. Und der Cooldone ist niedrig. Oh, der ist voll die Kippe. Oh, shit. Bitte nicht schon wie da ist. Have a soldier stand. Oh shit. Ich nehme das Plus. Schon wieder ich. Fick dich man. Dieser Hurensohn. Ah. Das ist okay mit 4 Tauben. Geil. Koffer, ich Ante heal. Weg. Hm. Komm, Leben verloren, Digga. Fuck. Hm. Wo ist unser Trumpf gerade, Digga? Ha. Das war knapp, ey. Ich komme, ich kann, ich komme mit Heal. Ich komme von unten. Oh shit. Ich hab doch gesagt, komm zu mir. Ja, nicht so Hugging. Kann ich schlechter Heal. Die kommen nicht an mir vorbei. Oh shit. Ah, die sagt Bescheid Digga. Kann ich davor shillen, kannst du healen. Oh shit. Ich bin tot. Oh. Ich hab nichts gemacht. Nimm das Plus oder hier. Nimm. Chillt dich, Nadil. Jetzt. Ja, perfekt, ey. Oha, was ist das denn für ein Schild? Ist da noch einer drin? Oder? Ne. Ne. Ne, Nasus ist tot. Ganz knapp überlebt, ey. Ne. Leider. Mit Flash komm ich nicht! Oh, ich schon wieder Fick dich Oh, fick dich Oh, fick dich Guckt euch das mal an Du Hurensohn Er hat euch einfach ignoriert Er rennt einfach durch Oh, voll schnell Oh, shit Ich bin tot Boom Yo Yo Auch gut Wenn er einfach tunnelt auf mich Können da gar nicht gegen anhielen Cancer, bro Ah Oh, da habe ich dich zu spät gesehen Erwischt Jetzt geht das wieder los Ach, du bist hier Dann kann er nicht Daher kommt Die Jumi einfach raus Boah, ach toll Jetzt geht's los Sein erster Tod Tatsächlich Krass Krass Ja Ja Ja, geht Wohl doch, ist okay Fick dich, man Ist einfach straight rein Okay Aua Heal, 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 heal Ja, du hattest gerade das Antigelzen wohl Ich muss kurz warten Oh, shit Oh, shit Give me speed Oh, fuck Don't know Ich bin mal an den Rand gekommen Ich bin mal an den Rand gekommen Wie hättest du da so? Ach, was war? Ich wollte Ich wollte einkaufen Natürlich wolltest du denn Wie viel Gold hast du? Ich hab aber schon eingekommen Ich kann's andun Nochmal andun Hier Schuhe und das Item Jetzt hab ich Ähm Wie heißt das? Fähigkeits Was? Ability Haze? Was heißt das? Tempo 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 Double kill Diggy Double kill Triple kill Diggy Wer will for mir rennen? Ah, schade Oh, shit Ich bin vielleicht Ich bin vielleicht Ich bin vielleicht Oh, ich hab's überlebt Ach du Scheiße Krass, krass Ich hab wiederholt Was ist das für Gold denn? 55 Sekunden Ich bin jetzt ab Was macht die Jumi draußen? Kommt mal an Wahrscheinlich Oh, fuck Nicht aufgepasst Ich bin jetzt ab Ich bin ein bisschen müde Was? Ich bin ein bisschen müde Gut Uuuuuhh Nein, nimm mich. Ich hab extra... Er hat mich geworfen halt. Geht doch ins Plus. Ja, du bist aber nicht weitergerannt. Hiel dich. Er ist alt und weh. Er geht schneller. On my way. Nimm mich, gib dir Deckung. Oh, hier ist einer. Oh, hier ist einer. Oh, shit. Oh, shit. Brenn. Oh, du bist einfach weit gelaufen. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich glaube, ich hab einen hohen Schaden in dieses Game. Oh, shit. Hm. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Glückwunsch!